Hallo, ich bin Martin Engels, Trainer der Lego Education Academy und das ist Spike Prime, unser neues Lernkonzept für alle MINT-Fächer ab der fünften Klasse. Einschließlich der Naturwissenschaften, ja zum Beispiel die folgende Aufgabe für Physik. Beim Curling kommt es darauf an, ein Objekt mit genau der richtigen Menge an kinetischer Energie auf die Reise zu schicken, damit die Reibung und andere Gegenkräfte seine Bewegung genau im Zielkreis enden lassen. Unser mit Sensoren ausgestatteter Curlingstein erlaubt es den Schülerinnen und Schülern, genau zu messen und grafisch darzustellen, welche Geschwindigkeit, negative Beschleunigung sowie kinetische Energie vorliegt und mit Masse sowie Reibung und weiteren Kräften zu experimentieren. Physik ist olympisch. Weitere Beispiele zu den Naturwissenschaften und den anderen MINT-Fächern zeigen die anderen Videos und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren und Kennenlernen von Lego Education Spike Prime.